Ja, da ist der Lokführer vom X102 Funzi in Ottgrall, wer ruft? Abfahren! Alles klar, das ist der Lokführer vom X102 Funzi in Ottgrall. Aber der Franz hat beim Lübefort nicht mehr in die Ecke gegeben. Aber es scheint wohl tatsächlich herzustellen, dass er noch farbiges Lübe ist. Dann sehen wir mal die Weichlübe. Kommt er schon? Kommt er schon? Nein, ich hab auch abgedreht. Die hören aber schon. Dann können wir schon was hin. Kann das so sein? Das ist noch unwarrig. Was denn? Das sind zwei Schrauben, die du in der Hand nicht nötig sind kannst. Das war's ja nicht, ob wir in der Kontrolle doch her. Das war's ja nicht. Schau, die Luft drüge, wie die sagen. Ich werd auch mal sagen, hörst du auch mal. Kommt, kommt, kommt. Kommt, kommt, kommt. Aber die sind alle schon da drüber gefahren. Ja. Also ich glaub, wir sind einfach ein bisschen glücklich. Was ist eigentlich? Ah, 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 so vielleicht, hm? Ja. Jetzt! Pass jetzt! Was ist denn, hm? Ich kann's nicht. Geweilen! Die letzte sind nicht dran. Ja, ich glaub, ich schau den Treffenbericht jetzt mal. Kommt! Halt! Da sind wir noch drin. Ja, wir wissen von uns. Das ist ja nicht da. Da ist ja nicht gut. Ja, ich kann keine Schaube, siehst du? Ja, ich hab' keine Schaube, siehst du? Ja, ich hab' keine Schaube, siehst du! Da gibt es hier auch einen Schaden, da gibt es einen Stein. Musik 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 So ist das Gebetscht, man sieht es ja, so ist ein Basta natürlich, aber da ist das Hauptgurt. Wenn du auch hier unten schaust, dann schaust du da hoch. Planerfahrt und Fahrt? Fahrt hat fett. So hast du nicht. 1,35 Uhr. Oh! Alles so genau? Nein, ja, sobald es bleibt. Aber das ist wirklich schlecht. Ich hab gesagt, die Runden da. Ja, aber das war genau verkehrt. Und so. Ja, der alte Händchen. Ein Halbzimmer. Ja, aber hier. Ein Halbzimmer. Ich will einer anstehen. Er hat einenратigen Rücken, das ist komisch drauf. Die Italiener-Gitarren-Gitarren-Gitarren eröffnet. Musik 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 Das ist so cool. Der Fertig geht jetzt. Keine Verstehung. Keine Funktion. Der kann geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020